Herzlich Willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Der Prinz aus Zermunda Teil 2 von Greg Brewer. Bevor wir zu einer Analyse kommen oder bevor man überhaupt etwas Filmkritisches sagen kann zu diesem Film. Es ist ein Film zum Ausrasten. Es ist ein Film zum Ausflippen. Es ist ein Film, der eine einzige Unverschämtheit ist. Eine Unverschämtheit, wie ich sie lange nicht erlebt habe. Eigentlich ist ja jetzt eine ganz gute Zeit für Streamingdienste mal zu sagen, guckt mal, was wir können. Schaut doch mal her. Ihr kommt gerade nicht ins Kino, aber hier präsentieren wir jetzt einmal guten Content, wie es immer so heißt. Aber wenn heute Leute Content sagen, dann meinen sie in aller Regel nicht Inhalt. Und das kann man hier auch sagen. Es ist ein Film zum verrückt werden. Es ist eine so ärgerliche Geschichte, dass man es kaum aushalten kann. Zwei Stunden wird man hier aufs Übelste gequält. Denn eigentlich könnte man ja sagen, es ist doch schön, nochmal ein Sequel zu machen zu einem Film, der einen gewissen Kultstatus genießt. 1988 kam der Prinz aus Zermunda mit Eddie Murphy in der Hauptrolle in die Kinos. Der Regisseur war kein Unbekannter und kein Schlechter. John Landis. Und das sind diese Zack-Zack-Komödien. Das hat eine gewisse Dynamik. Das erlaubt sich viele Blödeleien. Aber irgendwie ist das in der Harmlosigkeit und Überdrehtheit doch etwas, was man an einem Abend vielleicht einmal genießen kann. Es ist ein Film, an den man sich hin und wieder zurück erinnern möchte, den man vielleicht einmal mit den Kindern, mit der gesamten Familie nochmal schaut. Aber es ist auf jeden Fall ein Film, der seinen Platz in der Filmgeschichte unter den Komödien irgendwo hat. Und sicherlich auch nicht der schlechteste Eddie Murphy Film. Aber was hat man nun getan? Man hat nun einen zweiten Teil gedreht, der eigentlich nichts anderes ist als Grabschändung. 30 Jahre später. Es gibt in Zermunda Wohlstand. Eddie Murphy ist der Thron-Nachfolger. Er ist jetzt nicht mehr nur der Prinz. Und jetzt geht es aber darum, wer wird ihn dann eines Tages beerben? Er hat zwar drei Töchter, aber in Zermunda ist es die Regel, dass es ein Mann sein muss, der der Thron-Nachfolger wird. Und den muss man jetzt suchen gehen. Nein, man hat ihn eigentlich schon gefunden. Da wird eine irre Geschichte konstruiert, dass damals, als sie nach Queens gereist sind, im ersten Teil es doch da eine Affäre gegeben hat mit einer, naja, etwas anrüchigen Dame und dabei sei ein Kind entstanden. Und dieses uneheliche Kind, diesen Sohn, den gilt es nun zu suchen. Also reist man wieder nach Queens. Man reist dann wieder zurück nach Zermunda. Man reist auch dann wieder nach Queens. Und so geht das hin und her. Nein, dieser Film kommt überhaupt nicht zu einer schlüssigen Geschichte. Der Film gibt sich keine Mühe. Er ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem ersten Teil. Es ist eine ekelhafte Revival-Kultur, der hier gehuldigt wird. Was wir hier erleben, ist die permanente Aneinanderreihung von unzusammenhängenden Szenen. Wir werden immer wieder mit irgendwelchen Affekten gelockt, nochmal hinzuschauen. Wir werden die ganze Zeit angebrüllt von all den Schauspielern. Es wird überhaupt in diesem ganzen Film nur herumgeschrien, damit wir wieder noch uns ein paar Sekunden auf das dort konzentrieren sollen. Aber eigentlich ist ein Film, der natürlich nicht zur Konzentration, zur Vertiefung in irgendeiner Weise einlädt. Dieser Film entwickelt keine richtige Pointe. Er haut immer nur drauf. Er ist nur laut. Es ist die Verbindung von einer schrillen YouTube-Ästhetik mit TikTok. Permanent gibt es hier in diesem Film wirklich völlig unmotivierte Tanzeinlagen. Also man versucht sich mit aller Gewalt diesen grässlichen, ästhetischen und erzählerischen Konventionen der sogenannten sozialen Medien anzudienen. Und man fragt sich aber auch, wofür wird das eigentlich gemacht? Man könnte ja davon ausgehen, naja, wenn jemand sich entscheidet, sich einen Spielfilm anzusehen, dann möchte er nicht einfach nochmal das dupliziert sehen, was man ohnehin gratis überall bei TikTok und sonst wo erleben kann. Dann gibt es unendlich viele Gastauftritte, Cameos ohne Ende, Referenzen an den alten Film. Aber es gibt keine sich in irgendeiner Weise sinnvoll gestaltenden Handlung. Und wenn man keine Handlung hat, dann kann man auch nicht eine vernünftige Pointe konstruieren. Man kann nicht einfach nur Affekte produzieren. Wir sind hier nicht bei diesen irren YouTubern, die die ganze Zeit nur irgendwelche unsinnigen Challenges machen. Und dann gibt es dafür ganz viele Likes. Bei einem Spielfilm muss man sich schon ein bisschen mehr Mühe geben. Aber das tut dieser Film an keiner Stelle. Es ist auch interessant, dass der Film dann mal an einer Stelle selbst nicht weiter weiß, was machen wir denn jetzt da? Ach ja, wir haben ja jetzt diesen Thronfolger da. Jetzt können wir ja irgendwie mal versuchen, aus dem einen Prinz zu machen. Dann wird mal so ein bisschen eine Mutprobe mit eingeführt. Dann erzählt man das mal zehn Minuten, lässt es aber dann links liegen, um hopp zum nächsten zu springen. Es gibt auch viel zu viele Figuren in diesem Film. Figuren, die aber keinen Charakter haben. Ständig wird irgendetwas getan, aber eigentlich passiert nichts. Es ist ein bisschen wie bei diesen Pranks bei YouTube, die immer einen tollen Titel haben. Dann klickt man den an und eigentlich wurde da dann nur aus einer Mücke eine Elefant gemacht. Und so passt es dann ganz gut, dass am Ende dieses Films auch noch die lustigsten Pannen beim Dreh präsentiert werden. Naja, der ganze Film ist eine einzige Panne. Es ist ein Film, der sich dann auch noch erdreistet, sich ironisch zu geben, indem man so ein selbstreflexives Moment einführt. Da gibt es dann einen Dialog. Da heißt es, ja Hollywood, das sei doch immer noch der beste Ort für Filme, für das Kino. Und dann sagt man, naja, also so ganz stimmt das ja nicht. Die ganzen Superheldenfilme und eigentlich sehe man doch nur noch Remakes und Sequels. Und dann heißt es da tatsächlich, wenn etwas gut ist, warum es ruinieren? Ja, warum? Weil man es hier einfach einmal machen möchte, um nochmal eine schnelle Mark mitzunehmen. Und in der 50. Minute, man traut seinen Augen nicht, erzählt dann eine Figur einfach nochmal Minuten lang mit Originalmaterial aus dem ersten Film den ersten Teil ruckzuck nach, damit man sich nochmal erinnern kann, was da eigentlich vorgefallen ist. Und man fragt sich, für wen wird das eigentlich gemacht? Die Leute, die den ersten Teil gesehen haben, die wissen die Handlung. So komplex war es ja auch nicht. Und beim Publikum, dass das Ganze noch nicht gesehen hat. Nun, das hat ja überhaupt gar keinen Anlass, sich diesen zweiten Film anzusehen. Nein, wir erleben hier ein dümmliches Revival. Aber ich glaube, wir müssen das bei aller Empörung einordnen. Ich glaube nämlich, dass das ein Symptom ist. Ein Symptom für das, was man Bereicherungsökonomie nennen kann. Das ist ein Begriff, den die Soziologen Immanuel Arnaud Esquerre und Luc Boltanski geprägt haben. Schauen wir uns mal diese Bereicherungsökonomie genauer an. Luc Boltanski und Arnaud Esquerre fragen sich, wie ist das eigentlich heute mit dem Kapitalismus? Wie verdient man vor allem sein Geld? Ja, wie entsteht Wert? Das ist ja doch in ziemlich deindustrialisierten Zeiten, zumindest im Westen, doch etwas anders geworden. Und dann sagen sie, ja, wir haben es heute mit einer Bereicherungsökonomie zu tun, die versucht, in irgendeiner Weise neue Wege zu finden, Wert entstehen zu lassen, hohe Preise dann auch nehmen zu können. Es heißt, als die Aussichten aus der Ausbeutung industrieller Arbeit, Profit zu ziehen, sich zu verschlechtern begannen, musste der Kapitalismus, zunächst vor allem von der industriellen Entwicklung abgehangen hatte, sich verlagern, um aus der Vermarktung anderer Objekte den größtmöglichen Nutzen zu ziehen. Wir können das im Tourismus beobachten, dass da eine Riesenindustrie entstanden ist, in der nicht primär produziert wird, sondern man schafft eigentlich Orte, die Begehren wecken, Sehnsüchte wecken, die dann bereist werden. Wir erleben das aber auch, dass wir es mit einem Rentierkapitalismus zu tun haben. Das heißt, man kassiert Renten, man kassiert Lizenzen dafür, dass man über gewisse Rechte, Urheberrechte nämlich verfügt. Das ist das große Geschäftsmodell des 21. Jahrhunderts und das ist das, worauf es diese großen Plattformen primär abgesehen haben. Und zu einer solchen Plattform gehören verschiedene Filmproduktionsfirmen, aber gehört selbstverständlich auch Netflix oder gehört Amazon Prime. Dieser Rentierkapitalismus, der sieht so aus, dass es nicht darum geht, etwas Neues zu produzieren, sondern man möchte eigentlich profitieren von dem, was man schon hat. Wie kann man eigentlich Rechte immer weiter ausschlachten? Wie kann man immer wieder neu daran verdienen? Zum Beispiel geht es nicht darum, ein originelles Drehbuch zu schreiben und dieses dann zu verfilmen. Es geht nur darum, Lizenzen und Tantiemen zu kassieren. Natürlich wird noch produziert, auch dieser Film der Prinze aus der Munder Teil 2 wurde ja produziert, aber eigentlich wird nichts mehr Neues produziert. Man kauft die Rechte an einer Fortsetzung von der Prinze aus Zermunder. Alle damals Beteiligten, wenn sie denn die guten Verträge damals gemacht haben, werden noch einmal kräftig entlohnt und man kann sich damit auch dann zugleich diese Geschichte aneignen. Amazon Prime schmückt sich also mit der Marke Zermunder. Das ist vergleichbar mit dem, was Bernard Arnault tut. Das ist der Chef des Luxuskonzerns LVMH, Moet, Hennessy, Louis Vuitton. Dieser Konzern hat viele, viele Dutzend Marken unter seinem Dach. Marken mit einem glanzvollen Namen. Oft waren diese Marken vielleicht schon ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber irgendwie schimmerte da noch die Geschichte durch. Die musste man nur wieder neu zum Leben erwecken, genauso wie bei Zermunder. Alle denken, ach ja, da war doch was genau, da gab es diesen Film und jetzt muss man da auch das Ganze nur relaunchen. Die Marken mit Tradition, die kann man dann versehen mit einem guten Narrativ. Eddie Murphy kehrt zurück und was hat dieser Film uns im Zeitalter nach Trump und mit Black Lives Matter und all dem noch zu erzählen? Die Antwort lautet im Übrigen gar nichts, aber man hat zumindest so ein Narrativ, mit dem man diese Originalmarke noch einmal ausschlachten kann. Und die Marke und die Gesichter von Schauspielern, diese Konterfeis, das ist eh in eins zu denken. Und dann entsteht das, was Esquer und Boltanski Patrimonialisierung nennen. Sie sagen allgemeiner gesagt, ist die Patrimonialisierung zu einer territorialen Entwicklungstechnik geworden, die über eigene Experten für lokale Entwicklungsstrategien verfügt, die in der Lage sind, die territorialen Aktivposten zu heben und das Potenzial, das sie bergen, zur Geltung zu bringen. Ihr Instrument ist der Relaunch, der das schlummernde Erbe in ein aktives Vermögen verwandelt, indem sie die Fähigkeit der Akteure stimuliert, sich die Geschichte anzueignen und sie gegebenenfalls zu verändern. Diese Erben der Geschichte verwenden sie mit dem Ziel, den Gütern oder Dienstleistungen, die sie liefern, einen Mehrwert zu verleihen, damit sich die Produkte und Dienstleistungen, von denen ihre Konkurrenten unterscheiden und etwas Besonderes darstellen. Eine solche systematische Ausschlachtung der Vergangenheit durch den Relaunch nennen die Experten Erneuerung des kulturellen Erbes. Das ist hier bezogen auf Städte, so geht man vor oder auf gewisse Luxusprodukte, in denen man einen solchen Relaunch verpasst. Aber man kann das selbstverständlich auch mit Filmen tun, kann das Ganze auf die Filmindustrie übertragen. Es geht darum, die Vergangenheit auszuschlachten, die Geschichte auszuschlachten. Warum also nicht auch die Filmgeschichte? Denn solche Orte, die man da wieder zum Leben erweckt, neu zum Leben erweckt, die können ja auch fiktiv sein. Es können Orte der Filmgeschichte sein, zum Beispiel Zamunda. Und so schafft man es dann, mit dieser Marke wieder neues Geld einzuspielen, kann sich zugleich diesen Glanz der Geschichte dann auch noch überstülpen. Das ist ja etwas, worauf es Amazon Prime immer angelegt hat, dass man nicht nur als so eine neue geschichtslose Plattform dastehen will, sondern man will sich auch in eine Tradition, in eine Filmgeschichtliche stellen. Und dann kann man jeden Schund produzieren. Und wir erleben das bei Netflix, wir erleben das bei Disney, wir erleben das bei all diesen großen Plattformen gerade. Sie beuten die Filmgeschichte aus, sie bestechen quasi die alten Stars. Hier spielt nochmal mit, gebt nochmal eure Namen her und dann können wir immer mehr Leute auf unsere Plattform ziehen. Und irgendwann präsentieren wir ihnen nur noch Schund, dass sie gar nicht mehr merken, was eigentlich mal die Filmgeschichte gewesen ist. Und dass das hier keine Fortsetzung ist, im Sinne vielleicht sogar von etwas Fortschrittlichem, sondern dass das eigentlich nur ein einziger großer Rückschritt ist, bei dem man leider nicht ein einziges Mal lachen muss. Wir haben es hier nicht einfach mit einem schlechten Film zu tun. Dieses abscheuliche Werk ist das Symptom einer tiefen, tiefen Krise. Und diese Krise, die müssen wir dringend erkennen, denn es geht um die Zukunft von Hollywood letztendlich auch. Und wenn wir diese nicht erkennen, dann werden wir weiter nur schauen, aber nicht sehen. Vielen Dank.